So ihr Lieben, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge ARC 4 Jahreszeiten. Wir spielen im Frühlingspark. Und ich habe hier gerade noch ein paar logistische Probleme. Ich versuche gerade meine Tiere hier mal gerade wieder anders, auch ungerade, an den Tisch ranzubringen, weil wir waren ja das letzte Mal in der Wüste und haben Sachen gefarmt. Und wir müssen noch ausladen. So, lass mich mal bitte dahin. Dankeschön. Okay, also, jetzt ziehen wir uns da erst mal die Sachen hin. Ach, geht ja gar nicht. Moment, müssen wir da reinziehen. Pull-Ressources. Und zwar hätte ich jetzt gerne... Was hätte ich denn jetzt gerne... Was haben wir denn alles geholt? Weiß ich gar nicht mehr alles. Tresap war es nicht. Stroh hatten wir auf jeden Fall. Pull. Holz hatten wir mit Sicherheit auch ein bisschen. Pull. So, dann hatten wir Steine. Richtig. Pull. Und dann hatten wir noch... Sand haben wir gefarmt. Seide, Silizium, da. Sand. Äh, wo habe ich es gesehen? Da. Sand hatten wir gefarmt. So. Und dann hatten wir noch... Äh, Kaktussepp. Dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun. Warum war das denn jetzt schon wieder? Narkose, Metallbar. Ne, hatten wir nicht. Wir hatten auch noch Schwefel. Das weiß ich noch. Ähm... Oh, der Thurmhorn. Ja, mit dem werden wir uns auch mal anliegen müssen, wenn wir im Sommer umziehen. Hier, Kaktussaft. Den hatten wir. Richtig. Pull. Und dann hatten wir noch Schwefel. Äh... Aber ich glaube, so viel war es nicht. Das können wir auch so gerade holen. Nochmal done. Alles gut. So, dann holen wir uns aber ins Inventar. Ähm... Das hier. Und packen das in Mörser und Stößel oben rein. Pass auf, ich kann das jetzt bestimmt wieder nicht alles tragen. Gib mal hier so viel wie geht. Geht noch? Na, jetzt nicht mehr. So, dann packen wir das nämlich da rein. Dieses hier und jenes und solches. Nein, das doch nicht. Ja, schmeiß das Zeug mal da rein. Das müssen wir doch jetzt mal zu... Düngen verarbeiten. Zu Lehm. Wir brauchen nochmal Lehm. Dieses hier. Alles herstellen. Und zwar alles. Nicht 100, sondern alles über 100. Alles, alles eben. Okay, das dauert jetzt ein bisschen und es ist auch voll. Dann packen wir den Rest wieder da rein. Tö, 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 tö. Das muss auch da rein. Das muss da rein. Das muss da rein. Und das. Okay. So. Und dann wollten wir mal gucken. Schwefel und Salz hatten wir noch, ne? Wo hatten wir das denn hin gepackt? Hattest du das? Ich glaube, der Oskar hatte das. Ich bin mir da nicht sicher. Oskar, hattest du das? Steht da und sagt nichts, ne? Hier, einmal, zweimal, dreimal. Dann haben wir noch Kristalle und Sand. Sehr schön. Und dem Rest kann man nichts bauen. Aber hier, guckt euch das an. Wer braucht denn so viele Samen hier? Braucht doch kein Mensch. Und seltene Blumen. Naja, die kann man vielleicht brauchen. Ja, komisch, komisch. Ich hatte echt gehofft, er würde dieses Tresepf haben. Aber na gut. So, Sand und... Ach nee, Quatsch. Das hier, das schmeißen wir da rein. Und das andere muss in den Mörser. Aber da haben wir gar keinen Platz, ne? Hallo. Ah, hier haben wir schon wieder Lehm. Das ist gut. Da hat man was Schwefel da rein. Nee, geht nicht. Jetzt schlepp ich das die ganze Zeit hier rum, oder wat? Schmeiß was da rein. Man wisst ja wenigstens, wo es ist. Das ist da nicht so voll. Und dann werden wir das nachher umwandeln. So, okay. Also, dann können wir jetzt Lehm bauen. Tö, haben zwar nur 100, aber der Rest kommt ja. Dann bauen wir jetzt hier mal aus Lehm. Bitte das da. Ne, das ist sloped. Sloped will ich nicht. Ich will normal nehmen. Dreieck. Da. Dreieck. Sealing. Zwei Stück. Ganz nur zwei. Und dann muss ich jetzt alles aus Triangeln machen. Ich frage mich gerade, warum ich das aus Lehm mache. Ich könnte das ja auch aus Glas machen. Und dann ist das so. Hm. Ich mache das andere auch mal, ja. Also, aus Glas. Das, ne. Ceiling. Ich brauche da bestimmt wieder mehr. Ich mache die einfach mal. Gucken wir mal, was da rauskommt. So. Okay. Ich nehme die mal mit. Ach, da hatte ich ja noch mehr. So. Ziste. Und das nehme ich auch mal mit. Okay. Da. Da gucken wir mal. Ich hatte nämlich vor. Da oben. Da. Wir könnten natürlich, jetzt mal so rein, theoretisch, das da verlängern, dann da hochgehen. Oh Gott. Das wird ein Chaos, was du da vorhast. Das geht doch nicht. Ja, ich weiß das aber noch nicht so wirklich. Ich sehe das immer erst, wenn ich das ausprobiert habe. Hm. Da müsste auf jeden Fall Glas hin. Glas drauf. Ja, komm. Wir schalten die dann einfach wieder unsichtbar. Was anderes fällt mir da jetzt nicht ein. Was anderes praktikabel ist. Ich glaube, diese Lehmdreiecke habe ich jetzt umsonst gemacht. Auch nichts Neues. Dann pass mal auf. Da hin. Ja. Und daneben. Boah, jetzt wird das schon wieder dunkel. Ist das denn wahr? Immer dasselbe. Achso, das geht ja so gar nicht. Stimmt. Wieso ist das denn da so? Ah. Ach so. Wie mache ich das denn jetzt? Ach man. Ich will da jetzt nicht mit dem Vogel rumfliegen. Ich mache das jetzt mit Fly, ja? Weil es... Sonst sehe ich da nichts. Warte mal. Ich muss mir das mal von oben angucken. Warte mal. Ähm. Pass mal auf. Hier muss auch mit der 5. Äh. Hatte ich nicht da irgendwelche Ceilings? Glas Ceilings gebaut? Achso. Ich hatte Dreieck Ceilings gebaut. Okay. Genau. Die wollte ich nämlich da dran setzen. Pass mal auf. Hier. Da. So. Wieso macht der das denn so? Hm. Und da hin? Soll ich nochmal hell machen? Ich sehe nichts. Seht ihr was? Ich mache das nochmal gerade hell. Auf 10 Uhr, ja? Da. Ähm. So. Die 6. Dann da hin. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Ich kriege das hin. Ich schaffe das. So. Wir machen das wie drüben. Ne? So. Ist das jetzt wie drüben? Gute Frage. Ich weiß es nicht. So. Äh. Nö. Das ist aber nicht wie drüben. Das sieht irgendwie anders aus. Warte mal. Ach doch. Doch. Stimmt noch. Stimmt noch. Da muss das hin. So. Ja so als Vordach sieht das ja schon mal nicht schlecht aus. Aber es ist irgendwie trotzdem anders. Warte mal. Ich muss mal nach ganz oben. Ich muss mir das mal... Hm? Hm? Ähm. Irgendwie ist das, ähm, nicht so wie es soll. Wie habe ich das denn gemacht? Aber das sind doch zwei nebeneinander da. Ja. Wie habe ich das denn gemacht da hinten? Ich habe doch da zwei... Oh. Ich muss muten. Telefon. Ja. Kurze Unterbrechung durchs Telefon. Ich muss dann doch da dran gehen. War ja keine Ruhe. Aber, ähm, hier bin ich immer noch nicht weiter. Wie habe ich das denn gemacht? Also, ich habe hier zwei. Dann habe ich hier das irgendwie fertiggebracht, das auf Versatz zu setzen. Habt ihr noch eine Ahnung, wie ich das gemacht habe? Das ist jetzt auf die Hälfte. Ich kann mich noch dunkel daran erinnern, dass ich irgendwann mal gesagt habe, oh, das werde ich noch bereuen. Ähm, es ist soweit. Ich bereue das jetzt gerade. Ich weiß nicht mehr, wie ich das gemacht habe. Ah, Moment mal. Ich sehe hier die Säule. Die steht auch auf der Hälfte. Und die steht nicht in der Mitte. Das heißt, wenn ich da... Oh, Mann. Nein. Die Säule habe ich nachträglich gebaut, das weiß ich. Oh, Mann. Also, wenn ihr noch wisst, wie ich das gemacht habe, dann, äh... Gut, ich könnte mir ja einfach mal die alten Videos angucken. Dann weiß ich es vielleicht auch. Hier, da bin ich jetzt auf... Halb. Hm. Hm, hm, hm. Ähm. Ich kriege doch da nie Support. Selbst wenn ich da eine Säule hinsetze, kriege ich da keinen Support. Ist das da drunter? Nee, das ist nicht... Aber, Moment mal, Moment mal. Ich habe da so eine Idee. Wenn ich da jetzt eine Säule hinsetze, da schwebt die Säule hier schön in der Luft. Toll. Ähm. Bäh. Das ist gemein. Okay. Da muss ich drüber nachdenken. Da muss ich drüber nachdenken. Also, irgendwie... Ich glaube, ich muss wirklich noch mal die alten Folgen angucken. Ich, äh... Ich weiß nicht mehr, wie ich es gemacht habe. Okay. Lehm. Wie wäre es jetzt erst mal mit einer Lehmdecke? Hm. Dum-dum-dum-dum-dum-Lehm. Da weiß ich wenigstens, was ich machen muss. So. Halbwegs. Ähm. Das ist sloped. Sloped brauche ich nicht. Brauche ich die normalen. Trap-Door? Nein, brauche ich nicht. Ceiling brauche ich. Was ist das denn jetzt hier? Da. Trap-Door? Nö. Ceiling? Hallo? Gibt es nicht? Doch da. Ach, da ist sie doch. Aber ich habe zu wenig Leben. Das muss ich erst mal da oben rausholen. Gib mir mal das ganze Leben. Hä? Achso. Ähm. Einmal verwirrt, immer verwirrt. Das ist nur das dumme Telefon schuld. Genau. So. Das kommt da rein. Das kommt. Wie? Nein. Doch. Ist so. Ähm. Das brauche ich. Richtig? Äh? Achso. Das ist. Nein. Das brauche ich nicht. Das ist nämlich hier so ein Ding, was ich eingesammelt habe. Ich brauche das. Ähm. Gib mir mal bitte die Tooltips hier. Sonst sehe ich da nichts. Genau, die brauche ich. Davon brauche ich erst mal eine ganze Menge. Alle. So. Dann müssen wir unten nochmal an den Tisch. Und holen da mal kurz, eben schnell. Sand. Müsste noch was reingehen. Bisschen Kaktussep. Das verdirbt sonst da rein. So. Tö. 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 Bitteschön. Und dann stellen wir hier wieder Lehm her. Ähm. Alles 100. So. Gut. Dann macht das mal fertig, bitte. Dann gucken wir da unten rein. und holen uns das Lehm raus. Ich finde das doof, dass das immer auf dem Reiter Herstellung ist. Ich will das nicht auf dem Reiter Herstellung haben, sondern ich will direkt den Inhalt sehen. Das finde ich doch total blöd. So. Jetzt müssen wir nach oben. Und jetzt fängt das hier auch noch an zu ruckeln. Ist jetzt mal gut hier. Lad das mal fertig und dann kann ich hier weiterbauen. Ich starte ja gleich meinen Rechner neu, bevor ich die nächste Folge aufnehme. Ist in Ordnung. Ähm. Nach oben müssen wir, ne? Tum, 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 tum. So. Da hin. Vielleicht kriegen wir das ja wenigstens irgendwie hin hier. So wenigstens das. Ah, Moment mal. Hier, guck mal. Guck mal. Haha. Stopp. Wenn ich das hier, da, seht ihr das? Da, da auf halb. War das das? Kann das sein? Ja? Ja, ne? Das kann sein, dass ich das da auf halb gesetzt habe. Ha, 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 ha. Mhm. Jetzt weiß ich nicht, ob ich da die Decke schon hinbauen soll. Nachher muss ich die wieder abbauen. Muss mal aufbauen. Das mal da hin. Fang da mal an. Und paar bauen dann sowieso wieder alles ab. Nein. Nein, geht schon, geht schon. Eben, jetzt ist das da rein. Und das ist doof. Mann. Aufheben. Dann setzen wir sie eben halb. Und dann haben wir da einen Überstand. Und dann, äh, wird das ganz interessant, das Haus. Ja, doch, 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 das kriegt dann irgendwie so eine Railing oder so, weiß ich mal nicht. Weiß ich mal nicht. Fällt mir bestimmt ein. Wir setzen das jetzt halb. Das können wir ja dann hier auch, ne? So. Ne, dann ist ganz. Das ist auch komisch. Könnte man das nicht auch so irgendwie halb setzen? So, wir setzen es jetzt da. Äh. Äh. Dahin. Ist es richtig? Ich glaube, ja. So, pass auf. Dann gehen wir hier weiter. Haben vorne so ein bisschen darüber Stand. Gar nicht immer so übel. So. Was passiert denn, wenn ich da jetzt ein Dreieck drauf setze? Nein, nicht doch mehr Experimente. Ich höre euch ja schon schreien. Ja, ja. Alles gut, alles gut. Mach ich nicht. So, ich mach das jetzt hier mit diesem. Hm. Aha, das geht trotzdem. Okay. Billig aber nicht. Ich will das jetzt so haben. Das müsste ja dann richtig sein, ne? So. Dann müssten wir auch richtig auskommen hinten. Ich hab schon wieder keine mehr. So. Wenn wir nämlich dann da richtig auskommen, das wäre nämlich dann die Linie hier. Müsste gehen. Müsste rein terroriertisch funktionieren. Gib mir mal bitte noch mehr davon. Geben brauchten wir, ne? Gib das mal. Oh, schön. Du arbeitest ja hervorragend. So. Jetzt gib mir mal bitte den ganzen Krempel her. So. Und nochmal. Herstellung, Lehm, Ceilings. Ganz viele herstellen. Nochmal sieben. Ja, die brauche ich locker. Für die andere Seite brauchen wir die ja auch noch. Ich glaube, ich mach da ein Pagodendach drauf. Ich mein, ich hab dann jetzt ein Flachdach, ne? Und dann können wir vielleicht, na, weiß ich noch nicht. Mal gucken. Mal gucken. Was mir noch so einfällt. Sieht bestimmt nachher komisch aus. Dann bauen wir es wieder ab. Macht nix. Kriegen wir hin. Draußen ist jemand am Rasenmähen. Ich hoffe, das kriegt ihr nicht mit. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich das mit dem Schneidprogramm irgendwie hinkriege, dass das Grundrauschen raus ist. Immer lernt man etwas mehr dazu, wie man irgendwas mit diesen Videos hier hinkriegt. Das hört nie auf. Es gibt immer wieder neue Sachen, neue Dinge, die man ausprobieren muss und rausschneiden muss oder sonst irgendwie. So, pass mal auf. Du gehst da hin, ja? Dann kommt das. Und jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich so gespannt. Doch. Dahin. So. Und jetzt nach hinten. Na? Ist das was oder ist das nix? Hab ich das hingekriegt oder nicht? Ich bin mir da noch nicht ganz sicher, weil das Guck da so rein. Hm. Und schon hab ich keine mehr. Zeig ich mal. Zeig ich mal, zeig ich mal, zeig ich mal. Doch. Schön. Dann fehlen jetzt hier nur noch zwei Stück. Ne? Aber Support haben wir trotzdem keinen. Ne? Aber wir müssten dann jetzt die abbauen hier. Guck mal. Dann bauen wir die hier ab. Nicht runterfallen, bitte. Hallo. Gib mir das. Hm. Aufheben. Andere Seite auch. Dann setzen wir die nämlich auch anders. Aufheben. Danke. So. Dann kommt nämlich die nach hier. Eigentlich nach hier. Okay, jetzt passt das auch schon wieder nicht. Hä? Ne, passt genau wieder nicht. Oh Mann. Ich krieg hier noch die Kräse. Das mit dem Halb ist ja schön, aber das müsste ja dann theoretisch hier jetzt um eins rein. Äh? Nun gut. Also während ich hier weiter knubbel, äh, dann werde ich die Folge beenden. Mozart, was ist mit dir los? Mozart? Was rennst du da die ganze Zeit rum? Hatte ich dich auch folgen? Schatzele, du musst da nicht rummeandern. Alles gut. Wirklich. Du musst nicht hier rein. Das ist mein Haus. Das ist kein Stall für dich. Komm, stell dich mal hier wieder zu den anderen. So. Hast du mich gesucht? Wolltest du mir helfen? Wolltest du umbauen? So wie ich dich kenne, wolltest du eher abreißen, ne? So, stopp. Okay. Folgst du jetzt irgendwie? Ne, nicht mehr. Alles klar. Gut, ihr Lieben. Ähm, ich werde das jetzt hier mal noch ein bisschen ausknubbeln. Ich krieg das noch hin. Ja, ähm, ich weiß nur noch nicht wann oder wie. Lass ja von vorne gucken. Wie sieht denn das jetzt aus? Komisch. Okay, ich glaube, ich werde das durch Glas ersetzen und dann, äh, und dann, äh, verstecken. Ne, weiß noch nicht. Also, ähm, oh, ein Lutstrahl. Ne. Ähm, wir sehen uns dann in unserer nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt, arg, äh, Frühlingspark. Wir, äh, spielen arg, vier Jahreszeiten. Ähm, hm. Naja, okay. Wir sehen uns dann nächstes Mal wieder. Also, macht's mal gut. Ciao, ciao. Tschüss. Äh,